Das erste Großereignis der World Wrestling Federation 1994. Es wird spannend, denn alle drei Titel stehen auf dem Spiel. Royal Rumble, heute 22.05 Uhr, exklusiv bei RTL 2. Zehnjähriges Jubiläum der Wrestlemania. Aus dem Madison Square Garden in New York. Exklusiv bei RTL 2. Heute, 22.10 Uhr. Das Großereignis der World Wrestling Federation. Welcher der acht Superstars wird nach drei Runden im K.O.-System in Baltimore zum King of the Ring. Aber auch andere Titel stehen auf dem Spiel. Champion gegen Champion. Heute um 22 Uhr, King of the Ring bei RTL 2. 2, yeah! Schalten Sie ein. 2, yeah! PHROZ THEYCH! FOLERY